Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Produkt von allem, dem iPhone. Die Menschen lieben das iPhone, es ist ein wichtiger Teil unseres täglichen Lebens. Wir fordern uns ja immer weiter, um das iPhone noch besser zu machen und beliebter. Also schauen wir uns das neue iPhone an, darauf hat die Welt gewartet. Das iPhone 14, endlich! Also wir meinen es ernst mit dem iPhone 14 und mit dem iPhone 14 Plus. Und jetzt gibt es ein 6,1 Zoll Display und 6,7 Zoll Display. Ein größeres Display, da können Sie mehr Content sehen, wenn Sie im Internet unterwegs sind. Sie können mehr Text sehen oder den Text etwas größer anzeigen lassen. Und sieht großartig aus mit den Features von iOS 16, wie zum Beispiel dem neuen Lockscreen, die iCloud-geteilte Foto-Bibliothek. Und mit der neuen Fitness-App können Sie jetzt Ihre körperliche Aktivität einfach zusammenfassen lassen. Mit dem größeren Display können Sie Ihre Spiele besser sehen und Ihre Lieblingssendungen ansehen. Außerdem ist auch innen das Design verbessert worden, sodass es nicht zu Überhitzung kommt. Beide Modelle haben das Super Retina XTA Display mit OLED-Technologie, die 200 Nits als maximale Helligkeit unterstützt, 200 Millionen zu 1 als Kontrast und das Ganze bei Dolby Vision. Und es ist widerstandsfähig. Sie können darauf zählen, dass es mit Ihnen gemeinsam durchhält. Das Ceramic Shield mit einer Keramik-Art ist sehr widerstandsfähig bezüglich Kratzer und auch Staub. Es kommt in diesen Farben Midnight Starlight, Shade of Blue, Purple und natürlich das beliebte Produkt Red. Die Menschen verlassen sich für so viele Dinge auf ihr iPhone und das iPhone 14 hält den ganzen Tag mit der Batterie durch. iPhone 14 Plus hält noch länger mit der besten Batterie, die man jemals in einem iPhone hatte. Bis jetzt waren diese Batterien nur in den Pro Max Modellen verfügbar und jetzt bringen wir das noch zu mehr Menschen. Sprechen wir über die Performance. Das iPhone 14 Pro hat einen großartigen Chip vorgesetzt, das 13 natürlich. A15 Bionic, das ist der Chip da drinnen. Und es ist ein richtiges Powerhouse. Es geht um Privatsphäre und um Leistung in diesem Chip. Wir bringen diese Pro-Level-Performance jetzt auch zum iPhone 14, zum iPhone 14 mit einer 5-Kern-GPU. Damit können grafische Dinge und komplexe Spiele besser verarbeitet werden. Außerdem einen 6-Kern-Rechnerkern mit 4 Effizienzkernen, einer 16-Kern-Neural-Engine, die für Maschinenlernen da ist, also KI. Und der A15 ist immer noch schneller als die ganze Konkurrenz und das bei jeder Preislage. Der A15 ist ein wichtiger Bestandteil des iPhone 14. Mit dem ganz speziellen Bild-Signal-Prozessor gibt es hier die Möglichkeit, das tolle neue Kamerasystem ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Die Bildverarbeitung ist also toll beim neuen iPhone. Das iPhone ist immer mit dabei und Sie haben die Möglichkeit, hier ganz schnell Schnappschüsse festzuhalten. Drei Trillionen Fotos sind mit dem iPhone im letzten Jahr gemacht worden. Und mit unserer einzigartigen State-of-the-Art-Kameratechnologie haben wir wirklich etwas Ihnen in die Hand gegeben, mit der Sie tolle Fotografien machen können.